Ja, wir mussten einfach, wir haben im Fiedelfinale Games Servet können, in diesem Beispiel rausklappen und ich meine, und dann haben die Zug im Halbfinal weggeklepft, in diesem Beispiel. Emotionen heisst einfach, drei bringen bei Fribourg Motorrad. Also, Fribourg wird schnell aggressiv und das heisst für uns einfach, wenn möglich, keine Strafe nehmen und gut vor dem Goal arbeiten. Ich meine, wir haben tolle Fans, wir haben alles eigentlich, was sich ein Klub wünschen, was sich die jungen Spieler vom SCB wünschen. Ich meine, wir haben ein tolles Kader und, äh, Sieg, wir müssen einfach den Sieg einfahren, am Dienstag den Sack zumachen, weil, äh, wenn wir den Sack nicht zumachen, am Dienstag ist es extrem schwer in Fribourg, da noch etwas zu retten. Ja, ich meine, äh, der SCB ist nicht immer einfach, aber, äh, der Sieg kommt, der kommt, wir werden den Titel und das ganze Team ist heisst, die Fans sind heisst und, äh, ja, ich wünsche, tschau. Ja, ich wünsche, tschau.